Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 25. Mai 1946. Heute vor 75 Jahren wurde Transjordanien unabhängiges Königreich. Hören Sie dazu einen Beitrag von Matthias Bertsch. Als General Ellenby 1917 mit seinen Truppen in Jerusalem einzog, sah sich Großbritannien am Ziel seiner Träume. Das mit Deutschland verbündete Osmanische Reich war untergegangen. Zum ersten Mal hatte die Krone die Kontrolle über das strategisch wichtige Heilige Land auf halber Strecke zwischen London und der britischen Kronkolonie Indien. Doch um die Einflusssphäre zu sichern, bedurfte es neuer Modelle, so André Bank vom Giga-Institut für Nahoststudien in Hamburg. Bereits nach dem Ende des Ersten Weltkrieges war es ja so, dass klassische Kolonien im Zeitalter des Imperialismus verschrien waren und die britische Reaktion war es ja die sogenannten Mandatsgebiete im Nahen Osten. zu etablieren. Transjordanien ist ja auch eins davon. Also dort lokale Herrscher zu etablieren, mit denen die Krone sehr eng zusammenarbeitet, aber dann sukzessive, indem man sie im Grunde sozusagen modernisiert und entwickelt, dann perspektivisch in die Unabhängigkeit entlässt. Zunächst gehörte Transjordanien zum Mandatsgebiet für Palästina. Doch schnell wurde klar, dass die Fläche im Osten des Jordan wenig mit der jüdischen Heimstätte, deren Errichtung im Mandat des Völkerbundes festgeschrieben war, zu tun hatte. Und so entstand 1923 auf gut drei Viertel der gesamten Mandatsfläche das Emirat Transjordanien. Emir war der aus einer haschemitischen Herrscherfamilie stammende Abdallah ibn Hussein, der bereits im Ersten Weltkrieg auf Seiten Großbritanniens gegen die Achsenmächte gekämpft hatte. Die Hashemiten sind ja eigentlich eine Dynastie, die aus dem Hejaz kommt, also aus dem westlichen Teil von heute Saudi-Arabien, wo die heiligen Städten des Islams, Mekka und Medina liegen. In der sogenannten großen arabischen Revolte, also im arabischen Aufstand zusammen mit Großbritannien, Stichwort Lawrence von Arabien, gegen die Osmanen im Ersten Weltkrieg, haben sie eine wichtige Rolle gespielt. Und sie sollten eben im Nachgang des Ersten Weltkrieges hier honoriert werden. Nachdem sich Abdallah auch im Zweiten Weltkrieg als loyaler Verbündeter Großbritanniens erwiesen hatte und die britische Regierung einsehen musste, dass nicht nur die Zeit der Kolonialmächte zu Ende ging, sondern auch die der Völkerbund-Mandate, entließ die Krone des Emirat 1946 in die Unabhängigkeit. Am 25. Mai wurde der Emir zu König Abdallah I. der haschemitischen Monarchie Transjordanien gekrönt, die sich bald nicht mehr Trans-, sondern nur noch Jordanien nannte. Grundlage des neuen Staates war der Vertrag von London, der die weiterhin engen Beziehungen zwischen den beiden Ländern regelte. Zum einen ging es darum, das Emirat Transjordanien in die Unabhängigkeit zu entlassen, in die formelle Unabhängigkeit. Zum zweiten ging es aber auch darum, dass eben Großbritannien zusichert, weiterhin grundlegende Zahlungen an Jordanien zu leisten. Und zum dritten aber gleichzeitig hier eben auch eine gewisse Vorherrschaft oder eine Dominanz in der Arab Legion, also in der von Briten geführten jordanischen Armee zu behalten. Die als Polizeieinheit von den Briten gegründete Arab Legion spielte beim Aufbau Jordaniens eine zentrale Rolle. Nur mit ihrer Hilfe ließ sich die staatliche Ordnung gegen arabische Nationalisten und rivalisierende nomadische Stämme durchsetzen. In den 50er Jahren unter Abdallas Nachfolger und Enkel, König Hussein, wurden die britischen Offiziere aus der Armee entlassen und die Arab Legion in die jordanische Armee überführt. Doch die Kontakte in den Westen blieben. Die militärische und finanzielle Unterstützung durch Großbritannien und später die USA sind bis heute wichtige Garanten für die Stabilität des Landes. Inzwischen sitzt mit Abdallah dem Zweiten, der Urenkel von Abdallah dem Ersten, auf dem Thron. Die Bevölkerung ist seitdem um mehr als das Zwanzigfache gewachsen. Und obwohl sich viele Jordanier und Jordanierinnen mehr Freiheiten in dem autoritär regierten Land wünschen, kam es im arabischen Frühling nur zu verhältnismäßig wenig Protesten. Das allerdings, so André Bank, liegt weniger an der demokratischen Gesinnung des Königs als an den Zuständen im Rest der arabischen Welt. Die Monarchie hat es geschafft, trotz aller Unkenrufen über Jahrzehnte, dass sie sozusagen kurz vor dem Zusammenbruch steht, trotzdem zu überleben. Und das vor allem deshalb, weil es dieser Monarchie gelungen ist, sich im Grunde als alternativlos innerhalb Jordaniens zu etablieren. Und wenn man dann eben direkt in die Nachbarschaft schaut, Syrien, Irak, Libanon, Palästina, auch Saudi-Arabien, dann steht da gegen Jordanien relativ besser da. Und davon hat ironischerweise Jordanien immer profitiert, dass es in einzelnen der Nachbarstaaten noch schlechter war. aber es ist schon eine große Herausforderung. Vielen Dank.